Wunderschönen guten Tag, Abend oder wann auch immer das Video schaut. Herzlich Willkommen. Ups, äh, also ich glaube bei, ähm, in der Aufnahme war das jetzt kein Unterschied wie sonst, aber ich war eigentlich gerade noch auf dem Desktop eigentlich. Ups. Und herzlich Willkommen zurück zu Just Play Microcosmo mit mir, der Robin. Und wir sind bei Level 4 und 3, ach du Scheiße. Ähm, ja. Ich bin hier oben. Macht immer euer Rudelumsinn da. Ich distanziele mich davon. Kann ich nur in zwei Instanzen rein so, so kleines Team-App? Komm, ich bin der Erste. Komm, ich bin der Erste. Komm, ich bin der Erste. Jetzt mach wieder. Jetzt steckle die alle weg. Bam, 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 bam. So. Wir gehen mal auf Gelb, weil der gerade schon geschwächt ist. Da braucht auch nicht so viele Antikörper, um zu sterben. Sterben. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, gell. So. Jetzt könnt ihr euch drum streiten. Wenn nicht, dann nehme ich mir den. Wenn ihr den nicht wollt, dann nehme ich mir den alle. So, ich seh's. Reicht nicht ganz weit. Level 2. Okay, also ich hab jetzt gerade schon das Spiel eigentlich entschieden. Nee, nicht so weit rein. Nicht so weit rein. Ich würde hier vorne sammeln. Den auch schnell für mich gewinnen. Und auch Level 2 am besten. So. Das heißt jetzt eigentlich nur noch... Farmen, farmen, farmen. Weg von mir. Besser. Dankeschön. Weg von mir. Okay. So. 3 Minuten. Erste Map. Gecleared. Hau bei. Warte, 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 warte. Komm schnell. 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 Runterhalde. Schnell. 2. 1. Nein. Ja, okay. 3 Minuten und 5 Sekunden. Oh, shit. Oh, die Folge ist nicht gut genug. Oh, was sind das hier? Soll ich's versuchen? Nee, ich versuch's nicht. Oh, da hinten kommen Wien. Oh, das ist uncool. Oh, ist das uncool. Ich halt mich da schon noch aus. Ah, mein Antikörper ist ein E-Shot. Ah, der bewegt sich auch hier irgendwie langsamer. Jetzt sind die weg. Jetzt fährt er gleich schnell. Jetzt kommt es wieder gleich dazu. Zack, langsam. Ah, okay. Eigentlich war das jetzt nicht gerade voll dumm, dass ich jetzt hier lang gelaufen bin, weil... Jetzt level ich mich zu weit. Erstmal kurz hoch bis Level 3. Ja, okay. Machen wir's. Ich level mich schnell hoch bis 3. Und dann... Braun geht auf das. Weiß geht auf die andere Blase irgendwie halbwegs. Weiß schmeißt sich dazwischen. Alles klar. So, jetzt können wir hoch. Komm schon, du schaffst es. Muss nur an dich glauben. Wo bleibt denn letztendlich mal hier so eine Bombe hier? Kann ich die steuern? Go. Es wäre geil, wenn man diese Bomben quasi auch einnehmen könnte. Kann ich das? Das wäre jetzt witzig. Was? Oh, nice. Ich habe mich gerade davon erschreckt. Weil das irgendwie eine der wenigen Möglichkeiten war, die passieren hätten könnten. Ne, ich halte ihn davon ab. Nein. Wieso denn jetzt auf mich? Aber es ist gut zu wissen, dass man die Bomben auch mit den Antikörpern zerstören kann. Auch wenn das jetzt gerade nicht die glückste Idee war. Ich verstehe nicht, wie diese verfickten zwei... Okay, eigentlich waren es ja drei Dachsbomben. Einfach nicht hier irgendwie... Oh, warte mal. Ich mache hier mal ein Neustand. Ich mache hier alles scheiße. Ja, jetzt hier die Bomben nichts treffen, dann rast sich aus. Ich ziehe mich jetzt hier gleich in die Ecke. So, zack. Jetzt möchte ich hier gleich mal ein schönes Pfeil wechseln. Go for it. Cheater. Wallhack. Aktiviert. Ich meine, hier sind vier von jeder Station. Dass hier nur nicht einer getroffen wird, ist ja irgendwie schon... Blöd. Guck mal, jetzt geht die Schuld auf mich. Er ist doch scheiße. Er Ficke. Kält euch doch erstmal gegenseitig wie vorher auf mich geht, Mann. Ich bin einer alleine. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak. B-b-b-b-b. Dann würde ich sie ernsthaft verstehen. Ja, ja, ja. Nice. Jetzt kann ich reingehen. So, hey, Freunde, was geht? Ich wollte erstmal schnell einen Kumpel, der mit mir was aufbaut. Fick dich, wie können denn schon so viele haben, ey? Kleppert es bei dir noch, oder was? So, offensiv. Go for it. Wieso stirbt denn der nicht, Alter? Okay, das mache ich jetzt kassieren, das ist mir auch egal. Ist mir nicht egal. Komm schon? Ja, gut. Jetzt erstmal schön alles sammeln, hier vorne am besten, falls jemand mal auf die Idee kommt, mich anzugreifen. So, jetzt stellen wir uns hier und hier auf. Ich pick mir jetzt am besten erstmal die Großen raus. Die Kleinen könnten dich zwar schneller dann einnehmen, aber die Großen produzieren ja den ganzen Shit, der mich angreift. Schliesslich nun. Erstmal groß. Für dich. Aua. Aua. Jetzt greif an. Äh, nimm einen. Wo ist er? Also, der andere schon eigentlich, darfst du meinen? Ach ja, mein Balken muss ein bisschen Hilfe brauchen. Ah, das ist mein Balken. Jawoll. Jetzt nochmal kurz noch. Oh, oh, oh. Ich gehe mal auf den Sohn. Nö. 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 Kann ich den da irgendwie dazu überreden? Nicht mich anzugreifen, sondern die anderen? Aber die mir bist schon wieder scheiße, finde ich. Weiß ist schon komplett weg. Der fällt auf mich zu, die Hure? Äh... Knob... Neiiiin! Egal. Oh, das ist gut. Kommst mit. Ist eine da? Ja, ist eine da. Oh, komm bitte mitten rein. Oh, ohne Spaß. Das wird richtig gut. Da hinten. Da hinten. So. Da hinten. So. 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 . So. 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 Okay, ich glaube, mein Organismus ist jetzt schon sicher. Einfach nur so im Prinzip, weil... So, du stellst dich jetzt hier hin. Aber wenn das nächste Mal die Bombe hier ist, dann lass ich sie platzen. So, das wird jetzt halt wieder mal so... Die letzten zwei Folgen, also halt jetzt nicht die letzte Folge, sondern die Folgen davor, waren richtig geil. Die waren einfach so viele Level auf einmal gemacht, bam, einfach weg mit dem Zeug. Das war schön, aber jetzt wieder so diese schwierige Level. Verdammt ey. Schwierig ist immer so schwierig. Nee, aber das muss auch anders sein. Man muss halt mal... Warte, warte, warte. Komprimieren. Und jetzt... Ah, schon. Und jetzt kassieren. Da hoch. Da hoch. Und da rein. Und da rein. Hallo Freude. Ja. Hallo Freude. Ja. Komm, weiter, 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 weiter. Ja, komm, weiter, 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 weiter. Okay, aber jetzt ist eigentlich schon wieder sicher. Weil hier links habe ich halt meine normale Sachen. Hier kommen sie nicht durch. Die kommen nur von links durch. Und hier habe ich schon alles. Ich glaube, ich mache alles. Hm. Jetzt haben wir 5 und der hat 5. Wir haben es schon mal geschafft, einen, ähm, gleichauf zu kreieren. Ja! Attacke! Attacke! Wobei erstmal alle in den rein. Und jetzt ist das so. Ah. Und jetzt ist das so. Und jetzt ist die mal der in den Reinigungsbereich. Ja. Jetzt ist das so. Wir haben jetzt noch mal ein paar Mal eingeladen. Und jetzt ist das so. Und jetzt ist das so, was wir machen. Jetzt ist das so. Nee, so, 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 da reinmarschieren. Bleib da. Was für ein Strom, ey. Scheiße. Allerdings hat die letzte Bombe noch mal kurz gezündet, ey. Hat gut geholfen. Sonst hätten wir nur einen wahrscheinlich machen können. Ja, der ist zwar vielleicht vielleicht down, aber ich hab dafür den hier. Und den da noch. Ich mach jetzt einfach andere Zähne. Während die einen einnehmen, mach ich einfach drei. Gute. Habe schon. Ja, und... Ins... In den Tod stürzt. Wenn das noch hier rauskommt, dann wäre das echt premium. Und... Ende. Ja. Im Prinzip haben wir drei Level gespielt. Ja, mit das Level haben wir ja einmal wiederholt. Weil wir so scheiße waren. Äh, zwei von denen, das... Ja, wir können noch nichts ändern. Aber das können wir wahrscheinlich in der nächsten Folge. Hoffe ich mal. Glaube ich mal. Ach, war hart am Ende. Ach ja. Aber haben wir irgendwie hingekriegt. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen's in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Haut rein.